Entdeckung. So, eine. Ja, selten Boden immer aktiv. Genau, das ist okay. Und sonst gibt es auch nichts. Gut. Das heißt also, äh, erstmal, nee, F1, da ist es. Das schnappen wir uns. Das kriegt sogar Kreaturenkühelchen. Na, komm, da ist es. Und ich glaube, es ist ein Meilstein. So, holen wir uns ab. Äh, ja. Was kriegen wir da? Nanit und diverse Störungen. Was sind diverse Störungen? Lichtbuch, Blasenballen, Klapperwirbelsäule. Was ist das? Äh. Stabilisierte Störungen, die ich mal... Achso, das ist einfach nur Deko. Super. So, also jetzt können wir eigentlich die... Ja, die ist weit weg. Das macht aber nichts. Ich hoffe, es ist der Planet toll. Ich mag den sehr gerne. Ja, so. Sind wir richtig? Ja. Guck mal hier, das ist doch was. Äh, aber warte mal. Ähm, ja, das machen wir gleich, aber... Nee. Das ist schwierig, ja. Ähm, hier. Nein, das ist... Nein. Das ist... Ja. Ah, ist schon so. Gut. Ähm, ja. Können wir trotzdem... Nee, das geht nicht. Also müssen wir doch das Treffen 5... Wir machen erst das Treffen 5... Äh, wo... Da lang. Das ist mal hier vorbei und dann... Juuu... Naja, gut. Lädt ja schnell wieder auf. Und das ist ja alles noch... Das ist im dreistelligen Bereich. Das ist super. So, hier ist ein bisschen Platz. Okay, super. Wir kommen natürlich wie immer. Nee, das war jetzt nicht ganz so gut, aber... Jo, so. Mhm. Okay. Ja, von mir aus so viel. So, wie viel? Das können wir erreichen. Und wenn wir den erreicht haben... Ah, toll. Da hat wieder mal ein bisschen Natur durch die Gegend. So. Bin gespannt. Mhm. Ähm... Ähm... Ja. Na toll. Ja, danke. Ist gut. Ja, dann fall doch runter. Das dürfte es sein. Ein Portal. Oh. Mhm. Gehen wir hin. Ja. Okay. Holen wir uns ab. Ja, das gleiche wie immer. Sehr schön. Okay. So, können wir damit irgendwas anfangen? Gucken wir uns mal an. Ja, das ist... Das Portal brauchen wir aber nicht, oder? So, lassen wir uns mal gucken. Das haben wir auch alles. Entdeckergilde. Uralte Knochen haben wir hier nicht. Und das Weltraumwesen. Wie machen wir das denn? Mhm. Vorfahren, Meilenstein, Vorfahren, uralte Knochen. Mhm. Wir sind hier nicht. Hier sind doch keine urgeltenden Knochen. Glaube ich nicht. So, kommt. Wir... Äh, Quatsch, Entdeckungen. Was haben wir hier? Nee, nee, nee. Keine Wächter. Und auch keine Blutendenknochen. Finden wir woanders. Aber das war's ja noch nicht. Wir fliegen jetzt erstmal zurück. Zur Basis. Also nicht zur Basis, sondern... Ja. Na, in der Nähe. Naja, in der Nähe ist anders. So, das heißt also, Kuchen backen ist wichtig. Das können wir eigentlich auch erstmal als... Was noch hier ist. Hier backe ich einen Kuchen. Jetzt ist er in der Nähe schon. Ähm... Ah, ungelegte Eier. Gut, okay. Das ist dann also doch schon das Ding. Ja. Hast du irgendwas? Irgendwelche Eier? Nein, das interessiert's mich nicht. Raumstation. So, also ich brauche erst die ungelegten Eier, dann kriegen wir ein Rezept für den Kuchen. Das wird noch... Wird noch speziell. Wir kommen natürlich von der falschen Richtung. Wie soll's auch anders sein? Zack. So. Also brauchen wir erstmal die Eier. Das ist einfach das allererstes. Viele Kreaturen liefern Eier. So, hier kriegen wir erstmal den ersten. Den sowieso. Dann... Wobei das auch völlig egal ist. Dann holen wir das andere Upgrade. Ja. Wir wollen das nur abschließen. Wir machen daraus ganz wenige schnelle Folgen. Ja, sind da schon bei 10, ja? Ja, verbessern. So, ähm... Hm... Hm... Und? Warum auch immer. Zack. Fast voll. Aha. So. Und jetzt lass mal gucken. Entdeckungen. Das war... Ja. Mhm. Mhm. Irgendwas, wo wir mindestens... Aha. So. Irgendwas, wo wir schon vorne entdeckt haben. Mhm. Hat Kiemen und Lungen. Aha. Gummischädel. Aber wo sehe ich denn... Duftend. Ja, spürt Atlas. Ja, das ist egal. Mhm. Da. Da. Das war das, wo wir waren. Gut. Auch nicht. Wir müssen irgendwo hin, wo wir schon mal hatten. Das war das nicht. Hier. Nichts entdeckt. Hier. Wir brauchen was, wo wir Fauna entdeckt haben. Ja. Gut. Okay. Mhm. Da haben wir entdeckt. Okay. Ja. Ja, ne, Quatsch. Hm. Mhm. Nee, das ist auch nicht das, wo wir hinwollten. Mhm. Ist der jetzt wieder zurück, oder was? Ähm. Kein Magnet. Ja. Ja. Moment mal gerade. Die Eier haben wir doch, oder? Mhm. Riesenei. Diese Nage ist natürlich das Nebenprodukt. Mhm. Ja, ja, ja. Das will ich nicht. Gut. Aber wo habe ich die her? Mhm. Expedition. Phase 3. Treffen 3. Nützt nichts, ne? Ja. Ah, ja. Weißt du was? Wir fangen einfach ganz vorne an. Ähm. Aber. Warte mal, wie sieht es aus? Ja, komm. 5 Minuten. Wir fangen damit jetzt einfach mal an. Jetzt wird gehasst. Du, der Hass. So. Du, 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 du. So. Raumstation. Das muss eine Raumstation sein, wo wir schon waren. Mhm. Wir gehen da mal hin. Und ich gucke einfach im Video, wo der dritte war, ne? So, erstmal hier fertig. Ja, ja. Mhm. Entdeckungen hier. So. Nichts. Das war es definitiv nicht. Gut. Äh. Weiter. Mhm. Hm. Hm. Bunja Gilde. Kann ja sein, ne? Weil überall wo Treffen waren, war ich auch in der Hauptstation. Ganz klar. Nur damit wir die Rieseneier kriegen, die zwei noch. Irgendwann aus können wir weitersuchen. Wir werden das jetzt noch, ja, ein paar Minuten durchziehen. Und dann sind wir für heute auch fertig. Ich habe heute viel gestreamt. Drei Projekte. Mhm. So. Navigationsdaten. Und das Ding hier. Das ist wie immer nichts. Gut. So. Okay. Ja, hier sind wir. Ja. Okay. Mhm. 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 Aha. Ja. Egal. Da gehen wir jetzt hin. Auf. Sasa 16w9. Moment. Treffpunkt 3. Mhm. Hier war der Käfer. Genau. Mhm. So. Nochmal schauen. Ich glaube, aber der ist es schon gerade. Äh, nee. Das ist er nicht. Nochmal. Wie heißt der? Der Sasa. Mhm. Wo ist Sasa? Das ist er, oder? Hat er eben schon angezeigt. Nein, der nicht. Ja, du. Nee, Ronnessel. Mhm. Ähm. Vielleicht hinter der Station. Wo ist die Station. Da, hier. Guck mal da. Nee, das ist doch das. Ähm. Das ist garantiert nicht. So, so. Ja, warte. Ja, warte. Das ist er auch, ja. War mir klar. Da fliegen wir jetzt nochmal hin und gucken, ob wir die Riesen-Eier finden. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Fünf, sechs Minuten. Was war das? Hallo? Ich war das nicht. Oder können wir auch unter Wassertiere holen. Genau. Würde ich sagen. Irgendwo in der Nähe von Wasser. Und wenn das nichts wird, dann... ...recherchiere ich über mein Video. Wie denn der dritte Treffpunkt Planet... ...heißt. So. Okay. Ja, alles voller Tiere. Super. Ah doch. Hier. Das muss ja schon was sein. Da sind sie. Hab ich. Ich glaub, dich hab ich doch schon mit den Riesen-Eiern, oder? Na rum? Ja. Eier sammeln. Zack. Ich hab sie. Das waren schon die Riesen-Eier. So. Und das sind alles die gleichen Tiere, oder? Da sind die Riesen-Eier ja schon mal erledigt. Dann können wir doch grad mal gucken, ob wir hier vielleicht noch unsere zwei... Na? Komm, so ein bisschen... ...bisschen unter Wasser muss auch hier sein. Ich mein, ich könnte vorher gucken, aber ich seh's doch schon. Das sind doch unter Wassertiere. Und... 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 Das müsste auch ein Meilenstein sein. Haha. Ja, ich weiß. Ja. Meeresbiologe... ...finden wir... ...bei vier. Aha. Was? Okay. Gut, das wäre dann auch das. Oh. Ja, das wollte ich nicht. So, jetzt lass mal gucken. Was ist das denn? Das war kein Unterwasser-Lebewesen, oder? Das kann beides. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da vielleicht... Warte. Wir fliegen da mal näher hin. Ob wir die auch mit... Vielleicht haben die Fischeier. Ja, ist egal. Wir haben genug Sauerstoff, behaupte ich jetzt mal. Na? Ihr müsst doch nicht weglaufen. Irgendwann näher. Na komm. Okay, bei Meeres-Tieren kann man das nicht. Wissen wir das jetzt. So, und einfach, weil es so schön ist. Super. Wir haben hier noch was unten. Mehr... Hier ist natürlich gar nichts. Doch. Das sind die Luft-Tiere, können wir auch vergessen. Wir können in nur Land-Tiere. Aha. Ich würde sagen, wir schnappen uns hier jetzt mal... Ja. Unser Raumschiff. Und wieder raus. Und trotzdem wieder rein. Ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben eine Menge schon erreicht. Und sag mal, wie immer, macht's auf jeden Fall gut. Ciao. Ui, es war ein bisschen Stress, aber hat Spaß gemacht.